Es ist ein Haus entsprungen aus einer Hürselsart. Wie uns die alten Sohnen von Jester kam die Nacht und hat ein Hühnlein bracht. Mitten im kalten Winter wohl zu der halben Nacht. Das Hühnlein, das ich meine, da von Jesaja sagt. Hat uns gebracht alleine, Marie die weine macht. Aus Gottes Riefen wird, hat sie ein Kind geboren, welches uns selig macht. Das Blümelein so kleine, das duftet und so süß. Mit seinem hellen Scheine vertreibt sie Finsternis. Wahr Mensch und wahrer Gott hilft uns aus allem Leide, rettet Gott Sünd und Tod. O Jesu, bis zum Scheiden aus diesem Jammertal. Lass dein Hilf uns geleiten, in den Freuen sah. In deines Vaters Reich, da wir dich ewig noben. O Gott uns das verleihen. Amen. 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 Vielen Dank.